Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 16.720 US-Dollar, wenig Veränderung, trotzdem haben wir ein wichtiges Level gestern oder heute Nacht auf jeden Fall noch getroffen. Außerdem starten heute die US-Märkte wieder rein, könnte sehr, sehr volatil werden. Doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne einen Kommentar mit euren Altcoin-Wunsch unten reinschreiben, weil ich jetzt diese Woche wieder mehr auf Altcoins auf jeden Fall eingehen möchte. Und ja, wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist und keine Signale mehr verpassen will, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Damit genug Eigenwerbung gemacht, wie gesagt, momentan 16.720 US-Dollar, wenig Veränderung. Trotzdem sind wir hier in diese kleine 1-Stunden-Demand-Zone gekommen, ich zeige euch das mal ganz kurz auf dem 1-Stunden-Chart, hier sieht man es ganz gut. Haben genau diese Zone auf den Dollar genau getestet, haben jetzt hier erstmal so einen kleinen Bounce gesehen. Nachdem wir gestern nochmal so einen minimalen Pump in Richtung 16.800 US-Dollar gekriegt haben, hatten dann aber hier eine Bearish Divergence, haben auch nicht wieder mit einem Close über diesen letzten Hoch hier bei 16.760 US-Dollar geschlossen. Also kein gutes Zeichen, wurden dann abverkauft und dann ging es eben runter in die 1-Stunden-Demand-Zone, wo wir unseren Support gefunden haben, wo wir ein bisschen Liquidität vorgefunden haben. Und jetzt versuchen wir wieder dieses hoch rauszunehmen und danach sieht es aber momentan auch wieder nicht aus. Wieder hier so ein kleiner Wig nach oben, wir nehmen uns ganz kurz das Fibonacci Retracement Level, da sehen wir auch, okay, wir sind jetzt hier genau wieder an diesem Golden Pocket. Von diesem kleinen Abverkauf, den wir jetzt hatten, wurden hier erstmal rejected, also da müssen wir auf jeden Fall in den kleineren Timeframes drüber kommen. Ansonsten haben wir nämlich immer noch Vektoren nach unten hin und diese befinden sich momentan bei eben diesen 16.580 US-Dollar. Darüber haben wir gesprochen, dass wir hier, oder dass es das Wunschszenario wäre, dass wir hier einfach nochmal runterkommen. Wir haben die Psi-Range hier unten bei den 16.550 US-Dollar auch nochmal. Wenn wir uns den Vektor hier holen würden, dann möchte ich hier aber auch bitte einen Bounce sehen, zumindest aller, aller spätestens an der Psi-Range, um dann von hier einen Bounce zu sehen und dann zumindest die 17.000 Marke endlich mal anzugreifen. Weil hier oben liegt eben die meiste Liquidität, wir haben hier oben das Last Week High, wir haben hier unten eine Supply Zone, wir haben hier eine Menge Wigs, die noch zu füllen sind von letzter Woche, wo wir immer wieder zurückgewiesen wurden. Das heißt, da oben liegt eine Menge Short-Liquidität. Deswegen ist es jetzt momentan das erste Ziel, sollten wir jetzt hier nicht drüber kommen, über dieses kleine Golden Pocket gehe ich weiterhin davon aus, dass wir hier auf jeden Fall nochmal in den Bereich der 16.500 US-Dollar vorstoßen könnten. Wir haben ja gestern schon mal eingezeichnet, unser Golden Pocket von unserem Low bis zu unserem High von gestern würden wir hier auch bei diesen 16.480 US-Dollar wieder liegen. Golden Pocket, ich hoffe aber ganz ehrlich nicht, dass wir da runterkommen, weil wir eben hier unten schon ein bisschen Liquidität rausgezogen haben. Sollten wir da runterkommen, dann wären wir einerseits unter der Psy-Range wieder, was dann wiederum bearish wäre für den Rest der Woche. Aber gut, warten wir es mal ab. Wie gesagt, die US-Börsen starten ja heute noch. Gold hat schon mal ordentlich, ordentlich vorgelegt am heutigen Tag, also das ordentlich im Plus. S&P 500 und sowas, das können wir uns alles morgen früh dann nochmal, beziehungsweise morgen nochmal in Ruhe angucken. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Börsen positiv in die neue Woche starten. Das würde natürlich einen Push für Bitcoin auf jeden Fall bedeuten. Unsere Long-Position läuft hier auf jeden Fall noch. Short-Position immer noch offen von diesen 16.970 US-Dollar. Da müssen wir mal abwarten, ob wir die gegebenenfalls schließen oder sogar nochmal vergrößern. Weiß ich momentan noch nicht. Aber wie gesagt, kurzfristig gilt es jetzt erstmal, hält diese 1 Stunde die Mahnzone. Ansonsten wird es relativ flott Richtung 16.580 US-Dollar gehen. Was heißt flott, das sind 150 US-Dollar trotzdem. Das mal ein bisschen im Blick behalten, Vektor holen, von hier aus ein Bounce sehen und dann aber auch wirklich ein höheres Hoch. Und das ist eben der Punkt, auf den es ankommt. Wir haben hier unser letztes Hoch, hier drüben bei den 16.780 US-Dollar gebildet. Wurde überboten, mit aber wieder nur einem Wig. Das heißt, die Liquidität, die da drüber liegt, über diesem Wig, wurde einfach abgeholt und damit wieder neue Short-Liquidität aufgebaut. Daraufhin ging es dann eben die 1 Stunde die Mahnzone. Die Bullen haben jetzt einen neuen Versuch oder versuchen gerade einen neuen Versuch, wieder nach oben hin auszubrechen. Für mich momentan zumindest eher positiv gestimmt, dass wir das endlich mal schaffen. Ansonsten müssen wir einfach gucken, dass eine Support-Level nach dem anderen hält. Vektor ist auf jeden Fall noch bis 16.550 US-Dollar möglich. Tiefer sollte es meines Erachtens nach nicht gehen. Erstens wird dann unsere Long-Position ausgestoppt. Zweitens gehe ich dann eher davon aus, dass es nochmal deutlich, deutlich tiefer geht. Sogar in den Bereich der 15.800 US-Dollar. Müssen wir mal gucken. Aber ich hoffe, die US-Börsen starten positiv. DAX und sowas ist ja gestern schon positiv in die neue Woche gestartet. Hoffen wir, dass uns die US-Börsen am Nachmittag auch nochmal einen Push geben. Von den Zahlen, momentan steht einfach nichts an. Gut, VPI-Daten in Deutschland erwartet. 9,1% vorherig waren es 10%. Das können wir mal ein bisschen im Blick behalten. Denke ich, hat aber wenig Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an. Auch hier, das war der Weg, den wir uns gestern eingezeichnet haben. Es ist nicht so tief gegangen. Auch hier haben wir die 1-Stunden-Demand-Zone, die meines Erachtens nach noch abgeholt werden sollte. Würde natürlich auch wieder bei Bitcoin heißen, okay, wir gehen ein bisschen tiefer. Aber was halt bei Ethereum deutlich, deutlich auffällt, ist, dass der Kurs ein bisschen stärker ist als Bitcoin und sich auch deutlich leichter traden lässt. Ihr könnt euch erinnern, wir haben weiterhin zwei Long-Positionen offen. Short-Positionen warte ich einfach noch. Und ich habe euch ja gestern gefragt in den Kommentaren, hey, sollten wir doch vielleicht noch eine dritte Position aufmachen. Kommentare sagen ja, aber ich soll dazu schreiben, dass es bitte ein höheres Risk ist. Werde ich auch dazu machen. Also das nächste Setup wird dann hier in der Region um die 1.202 sein. Ein relativ enges Setup, denke ich mal, werde ich hier ziehen, sodass wir relativ wenig Verlust haben. Beziehungsweise hier maximal dieser eine Prozent heißt Entry 1.203 mit einem Stop-Loss 1.190. Ist aber eigentlich egal, denn wir haben immer noch die Long-Positionen bei 1.150 offen. Wir haben die bei 1.180, wenn ich mich nicht täusche, noch offen. Also das Risk ist hier sehr, sehr minimal. Trotzdem, die Positionen werde ich dann später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten weiterhin der Fahrplan, dass wir nochmal in diese Demand möglicherweise reinkommen. Support testen, Vektor füllen, dann nach oben gehen in Richtung 1.230, hier nochmal rejected werden. Und dann versuchen hier wirklich die 1.250 bis 1.270 US-Dollar anzukratzen. Hier oben liegt das Golden Pocket, hier oben liegt eine Supply-Zone und noch eine extra Ineffizienz bei den 1.257. Also diese Level sollte meines Erachtens nach Ethereum weiterhin abholen, um die ganze Liquidität hier oben einzusammeln. Von hier aus können wir dann gerne wieder ein bisschen tiefer gehen oder zumindest mal diesen Bereich um 1.230 dann retesten. Sollte diese Range nämlich dann halten, beziehungsweise dieser Retest, ihr seht hier, wir hatten hier mehrmals Versuche, hier drüber zu kommen. Auch in der Vergangenheit immer diese circa 1.230, wo immer diese Wicks hier in der Vergangenheit waren. Dann haben wir es bestätigt hier, dann ging es nach oben. Also es ist schon ein signifikantes Level, welches wir auf jeden Fall dann als Support testen sollten. Brechen wir dann hier im Nachhinein natürlich durch. Sollten wir hier oben dann rejected werden, brechen dann durch die 1.230. Dann sieht es meines Erachtens nach übel aus, weil dann reicht einfach für mich möglicherweise die Kraft nicht mehr, dass wir hier wieder diesen Bounce nach oben hinziehen. Dann geht es wieder deutlich, deutlich tiefer, denn wir haben hier unten noch eine Menge Liquidität und auch weiterhin die 1.000 oder sogar 880 US-Dollar Marke ist drin. Sollten wir bei Bitcoin nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Aber das wird sich dann auf jeden Fall in den nächsten Stunden oder Tagen zeigen. Wir gucken nochmal ganz kurz auf XRP, der hat sich nämlich wieder komplett erholt. Gut, irgendwie wurden da glaube ich ein paar Token freigegeben oder halt ein paar Coins von XRP, wo ich das gestern so mal kurz am Rande verfolgt habe. Deswegen auch dieser Dump auf 0.30 US-Dollar Cent, aber mittlerweile komplette Eskalation hier bei XRP. Wir sind hier mittlerweile wieder von 16% von unserem Tief weggekommen. Also gutes Zeichen hier erst einmal. Trotzdem, wie gesagt, lass die Finger weg vom Long, lass die Finger weg von Short. Ich würde hier erstmal ein bisschen noch abwarten, bis man hier wirklich wieder in Position reingeht. Kann auch einfach jetzt nur sein, dass wir hier nochmal ein korrektives Hoch gehen, weil dieses Hoch hier drüben, zeichne ich euch ganz kurz mal ein, in dieser 1-Stunden-Supply-Zone, darauf kommt es an. Werden wir hier zum Beispiel jetzt nochmal zurückgewiesen, das wollte ich jetzt nicht, das wollte ich, dass wir hier nochmal ein höheres Hoch bilden. Dadurch auch eine Bearish Divergence, wir werden hier mit einem WIC einfach nur ausgestoppt. Kann es nämlich sein, dass wir uns dann einfach hier wieder nach unten hin begeben und in den Bereich der 0.30. Ich habe vorsorglich sogar einfach mal in den Bereich der 0.29 eine Limit-Order reingesetzt, hat aber den Aspekt, sollten wir hier wirklich die Liquidität, die hier unten liegt, abholen. Dann wird es relativ schnell geschehen und dann wahrscheinlich auch nochmal mit einem tieferen Tief. Und das würde passen zu unserer riesen Support-Zone, die wir hier schon seit Monaten eingezeichnet haben. Aber dazu wird es wahrscheinlich kein Setup geben, eher dann so ein kleines Setup, dass wir hier vielleicht einen Short-Trade nochmal eingehen in den Bereich der 0.36. Aber das werde ich mir auf jeden Fall noch überlegen. Gut, dann kommen wir zu den News. Und zwar Bitcoin-Core-Entwickler hat über 200 BTC verloren. Gab es gestern ein bisschen Aufstand, beziehungsweise was ich so in den Gruppen gelesen habe. Oh nein, wurde gehackt und sowas. Nein, ja gut, er wurde schon gehackt, aber er hat es halt auch auf einer Hot Wallet gehabt, die die ganze Zeit mit dem Internet verbunden war und sowas. Also da gilt es natürlich immer ein bisschen aufzupassen. Trotzdem, Riesenwelle gemacht worden. Gut, verständlich, wenn es einer der Bitcoin-Core-Entwickler war. Aber gut, wenn euch der Artikel interessiert, schaut gerne bei CryptoGuru vorbei oder natürlich in der Telegram-Gruppe. Da sind die News immer als allererstes drin. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gerne ein Video Like da lassen. Abonniert den Kanal, kommt natürlich gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.